So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal von BlackEinWide1000 und ja, heute sind wir in meinem allerersten Vlog und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal einkaufen und ich nehm euch mal mit. Ja, also wir gehen jetzt nach Supermarktkette XY und kaufen da halt ein, weil wir heute Spaghetti Bolognese machen wollen. Und auch das werden wir filmen? Ja, das kommt dann im späteren Verlauf und filmen das halt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich im Rewe wieder. Bis gleich. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich. Ja, willkommen zurück. Wir wollen jetzt einkaufen, wie ihr eben schon gesehen habt. Und es wird jetzt auch erstmal so sein, dass ja, also meine Schwester die Kamera tragen wird, weil es halt immer etwas schwer ist. Mit Rolli fahren, Kamera halten, ob man dann nicht uns beide sehen würde. Aber ich würde sagen, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach wieder nach Hause und ja, wir vloggen einfach jetzt natürlich nach Hause. Ja. Wenn ihr nach klar öfters durch den Vlogs reden wollt, könnt ihr nach klar gerne ein Like dalassen oder auch ein Abo, wenn euch der Kanal gefällt. Ja. Ja. Ich hasse es, dass man die ganze Zeit dumm angeguckt wird. Ist ja auch so außergewöhnlich, dass man mit einer Kamera geht. Was da klar auch passieren könnte, da ich ja Pokémon Go spiele. Wenn ich Pokémon Go spiele, könnt ihr ja auch gerne ein Abo oder irgendwas da lassen. Ich glaube, das würde mir schneller gehen, bevor wir angefahren wären. Und ja, ich werde dann mal gucken, wie ich das ja alles zusammenschneiden werde. Weil es kommt ja gleich dann auch noch sozusagen das Kochvideo oder ein Teil, wo ich kochen kann. Und ich werde dann halt auch gucken, wie oft ich jetzt einen Block bringen werde. Weil halt wenn mir jetzt jeden Tag so mega was passiert. Du hattest ja jetzt auch schon längere Zeit mal eine Pause gemacht, weil er eigentlich nur gestreamt hat in der Zeit. Und ja. 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 Aber letztens habe ich noch ein Backvideo, was bei einigen eigentlich schon ganz gut angekommen ist. Was ein Fail wurde, aber egal, ne? Aber da werden wir demnächst auch nochmal... Du hältst die Kamera viel zu weit nach da. Ich weiß. Ist gerade weggerutscht. Da werden wir demnächst auch nochmal versuchen einzudrehen. Aber diesmal mit jemand anderem. Ja. Aber ich würde sagen, wir stoppen hier. So. Ich würde dann mal sagen, willkommen zurück. Und ja, wir fangen jetzt an zu kochen. Ich fange ja mal mit den Nudeln an. Ja. Ich brauche ein Messer. Erstmal das Wunderfein. Ah. Das war vielleicht ein bisschen viel. Ähm. Kann ich das haben, Butter? Ja. Ja. So. Ich mache schon mal die Packung hier auf. Ja, mach doch erstmal das hier auf. Ja, das gibt... Ja, das brauchen wir doch noch gar nicht. Doch, ich brauche Fleisch. Ja, du musst erst mal das Fleisch braten. Ja, das geht nicht. Ja, man muss die Butter schwitzen. Ja, das dauert nicht lange. Ja. Ich bin der beste Verpackungsaufmacher der Welt. Ja. Hier hast du deine Nudeln. Die ich auch nicht brauche. Ja. Das hier ist die Soße. Ja. Eins davon ist Käse, ja? Den Käse da bitte nicht reinbringen. Ja, das ist der Käse für später und das ist die... Das ist der Käse. Ja. Ja. Den Käse legen wir mal hier hin. Ich dachte, du den dann noch mit reinmachst. Ist doch einfach schön. Hm. Der glaube ich nicht so gut. Wir werden ja das Ganze jetzt benutzen, oder? Ja. Bei dem Winning mit, müssen wir ja alles benutzen. Ja. Ich muss das gleich mal klein machen. Ja. Jetzt haben wir hier nur einen großen Fleischkloß. Ne, das ist ja nicht so groß für eine Ballonese. Das kann ich mir ganz schön machen. Da muss das Wasser immer drin sein. Oh, das muss ich mit dem Kappen. Was kann ich nicht? Das ist ja. Das kann ich nicht. Wenn das Wasser immer gut erst so groß ist. Das klappt eh. Das kann ich nicht. Das ist ja groß für die Katzen. Das ist ja sehr großartig. So, ich würde dann sagen, ja, erstmal konnten wir das Kochen nicht ganz aufnehmen, weil die Batterien der Kamera leer waren. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Beim nächsten Mal werde ich die Batterien vorher aufladen und noch Ersatzbatterien besorgen. Auf jeden Fall, hier ist einmal das Ergebnis vom Essen. Wir werden dann jetzt essen und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalässt oder auch ein Like, damit ihr halt wirklich nichts mehr auf meinem Kanal verpasst. Und ja, wie gesagt, ich werde jetzt gucken, wie oft ich einen Vlog hochladen werde oder andere Videos, weil ich ja auch zwischendurch ne streame. Also könnt ihr auch gerne mal auf meinen Twitch-Kanal vorbeigucken, BlackRide1000. Ich werde ihn euch unten auch in der Box, also in der Kommentar, nein, in der Infobox verlinken. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao, ciao.